Dieses Duells boxt im Januar gegen IBF-Champion Steve Cunningham. Lichina links im Bild, Felix Cora Jr. jetzt rechts. Beide, man sagt es oft, aber diesmal trifft es wirklich zu, im bislang wichtigsten Kampf ihrer Karriere. Entsprechend intensiv haben sie sich auf dieses Duell hier in Manchester vorbereitet. Gute Aktion von Renate Cina. Seit einigen Monaten ja betreut von Carsten Röwer, dem Coach von Sebastian Silvester. Ja, schöne Kombination, links, rechts. Sie sehen es unten eingebendet. Der Kampf auf zwölf Runden angesetzt im Cruisergewicht. Das Limit unterm Schwergewicht. Gut 90 Kilo sind die beiden schwer. Felix Cora Jr. wie gewohnt in der Rechtsauslage. Und Lichina versucht erst mal, Sie sehen es mit der linken Führhand, seinen Gegner zu beschäftigen und Platz zu schaffen für die Rechte. Das hat gerade sehr gut funktioniert. Schöne explosive Hände. Sehr guter Start von Lichina. Mal locken mit der rechten. Sehr schön explosiv mit der rechten Schlaghand. Und das sieht gut aus. Das sieht locker aus. Und der Mann aus Galveston in Texas zeigt sich da erst mal beeindruckt. Eigentlich ein Boxer, der auch selbst den Kampf bestimmt, in die Offensive geht. Mit hoher Schlagfrequenz boxen kann, aber davon bislang nicht viel zu sehen bei Felix Cora Jr. Ja, diesmal die rechte geblockt. Aber bislang sehr konzentriert, sehr durchdacht. Und der Mann aus Galveston in Lichina muss versuchen, wenn er die rechte geschlagen hat, dann sofort rauszugehen. Denn Felix Cora Jr. schlägt einen sehr guten linken Haken. Ja, erste Runde ganz klar bei Lichina. Baden und dem Uppercut zu arbeiten. Sehr gut eingestellt. Der Mann aus Galveston in Lichina, der ja zwei Jahre bei Manfred Wolke in Frankfurt oder trainierte. Dann im Oktober 2009 gegen Juan Pablo Hernández verlor nach Punkten. Und da schon vor dem Ende seiner Karriere stand. Ein halbes Jahr pausierte. Und jetzt nochmal ein Comeback wagt quasi. Hat im August seinen ersten Kampf in Erfurt. Gewann da gegen Ismail Abdul und sagt von sich selbst, er ist in einer tollen Verfassung. Weil er zum ersten Mal neben dem Training auch sein ganzes Leben auf Spitzensport eingestellt hat. War viele Wochen in der Sportschule Güstrow in Mecklenburg. Einem sehr ruhigen Fleckchen, wo es wenig Ablenkung gibt. Gute Aktion von Felix Cora. Mal mit der Linken zum Körper. Hatte in seiner Auszeit schon 98 Kilo drauf. Und dann mit dem harten Training bei Carsten Röver wieder runter auf 90. Ja, Cora versucht immer wieder jetzt zum Körper zu gehen. Ein Mann, der im Cruiser-Gewicht einen guten Namen hat. Lebt in Galveston, Texas. Trainiert in Houston. Ja, Lecina muss versuchen, den Druck hochzuhalten. Damit sich Felix Cora gar nicht erst entfalten kann. Ja, jetzt wieder Lecina in der Ringmitte. Ja, jetzt wieder Lecina in der Ringmitte. Arbeitet viel mit der Führungshand. Ja, und bringt die rechte Halsaufwärtshaken. Der war drin. Und er setzt nach. Muss aufpassen, dass er jetzt nicht überpacet. Wirkt sehr cool. Aber innerlich schon ein Bursche mit Emoise. Der zweite Mann, Torsten Schmitz, sehr viele Jahre der Trainer von Regina Halmich. Sieht gut aus. Und dieses Selbstbewusstsein, das Lecina vor diesem Kampf ausgestrahlt hat, das spürt man auch von der ersten Sekunde dieses Kampfes. Gute Hand von Felix Cora, die war drin. Und da waren die Beine ein bisschen wackelig bei Lecina. Da hat er mal einen Moment nicht aufgepasst. War ein bisschen zu sicher. Und darf jetzt nicht mitknallen. Erste brenzlige Situation für Enad Litschina. Der schon in früheren Kämpfen auch mal so ein Aussetzer hatte. Im Januar 2009 gegen Roselius Herrera, als er in der ersten Runde schwer zu Boden ging, fast schon ausgenockt war. Und dann in der achten selbst durch K.O. gewinnen konnte. Ja, man sieht es ihm an. Diese Sicherheit, diese Ausstrahlung, ist es mal ein bisschen verloren gegangen. Nach dieser harten linken von Cora auf der Innenbahn. Hat er nicht gesehen, hat er voll genommen. Ja, hat auch eine kleine Schwellung am linken Auge. Ja, da hat Felix Cora seine Klasse angedeutet. Auch er hat gesagt, ich war noch nie so fokussiert auf einen Kampf wie bei diesem. Denn die Chance, um den WM-Gürtel zu boxen, darauf hat er zehn Jahre gewartet. Und er hat natürlich auch viel Routine, viel Erfahrung. War ein Spitzenboxer bei den Amateuren in Amerika. Und hat als Berufsboxer unter anderem den ehemaligen Amateur-Weltmeister Michael Sims geschlagen. Wieder gefährlich, dieser eingesprungene Linke. Wechselt jetzt auch die Auslage, nimmt die Linke nach vorne. Und die Runde ist bei Felix Cora Jr. von Felix Cora Jr., der sehr zufrieden war. Diese kurze, trockene Linke auf der Innenbahn von der Brust geschlagen. Und die Bemerkung kannst du immer bringen, kommt immer gut. Ja, gute Aktion, Lichina. Wenn er selbst den Kampf diktiert, wenn er nicht zu lange wartet, dann kann er auch Felix Cora unter Kontrolle halten. Ja, er braucht auch jetzt eine gute Beinarbeit. Muss dann auch mal nach hinten oder zur Seite rausgehen. Sehr schön, die Führhand mitgenommen. Sammelt jetzt wieder Punkte. Er hat ja gute Reflexe und ist auch im Oberkörper sehr beweglich. Inhat Lichina. Sehr schön mal mit der rechten zum Körper. Sieht wieder besser aus. Ist wieder zurück im Kampf. Und auch dann ganz clever vom Seil gelöst. Sieht wieder gut aus. Aber so richtig beruhigt zurücklehnen kann man sich ja nicht in diesem Kampf. Felix Cora Jr. versucht den Druck jetzt zu erhöhen. Den Rhythmus zu bestimmen. Und da war sie diese gefährliche Linke. Gute Rechte. Oh ja, das sieht gut aus. Und da gute Mind-Bewegung. Gute Runde für Lichina. Das ist so die erste Phase im Kampf, wo man doch schon ein bisschen Kraft gelassen hat. Und er sagt, du hast viele Runden Sparring gemacht. Du hast es drauf. Du kannst das Tempo gehen. Das wird ganz entscheidend sein. Jetzt die fünfte Runde. Lichina bislang mit Punktvorteilen. Das war ein bisschen tief. Und das hat der Referee Howard Forster sehr gut gesehen. Der Mann aus Doncaster, England, der bislang hier gar nichts zu tun hatte. Absolut fairer, sauberer Kampf. Auf einem sehr guten, auch boxerischen, technischen Niveau. Aber das kennt man von Lichina, der ja als Amateur Dritter bei den Europameisterschaften war. Im Halbschwergewicht. Hat auch als Berufsboxer im Halbschwer angefangen. Aber hatte große Mühe, dieses Limit unter 80 Kilo zu bringen. Und fühlt sich im Cruiser deutlich wohler. Ja, Cora versucht wieder, Fahrt aufzunehmen. Und dann die Rechte. Aber es wird wahrscheinlich hier auch eine Kraftfrage in diesem Kampf. Der dann vielleicht im Schlussteil noch was zum Zusetzen hat. Ganz unten, Carsten Röver. Beides aber mit den Köpfen aufpassen. Muss immer wieder diese kurze, trockene Rechte bringen. Das ist natürlich ein gutes Mittel gegen einen Rechtsausleger. Oh ja, ein guter Uppercut von Felix Pora Jr. Ja, gute Runde vielleicht. Und da muss sich Lichina wieder ein bisschen Respekt verschaffen. Da braucht er die rechte Schlaghand. Aber er kann auch nicht jeden Schlag mit voller Power bringen. Dann wäre er viel zu schnell müde. Dann wäre er gut beraten, mal wieder zum Krabber zu gehen. Da ist Felix Pora ziemlich offen. Ja, kann ein normales Tempo forcieren zum Ende von Runde 6. Wäre wichtig. Ansonsten ist diese Runde weg. Ja, da wird auf engstem Raum ordentlich ausgeteilt. Ja, und die Runde dürfte beim, wie eingangs gesagt, erst seit einem Jahr der Coach von Felix Pora Jr., der bei seinem Vater das Boxen gelernt hat. Auch ein früherer Berufsboxer. Mit zwölf Jahren kam er zum Faustkampf. War viele Jahre Amateur. Hier haben wir die Wertung der britischen Kollegen. Die haben Lichina mit vier Punkten vorn. Ich habe es ein bisschen enger, aber auch bei mir zur Halbzeit des Kampfes Vorteile für Lichina. Also er hat es in der Hand. Er kann diesen so wichtigen Kampf für sich gestalten. Oh ja, letzte Ermahnung. Klar in Ansprache und gestik. Beim nächsten Mal, beim nächsten Tiefschlag gibt es einen Punktabzug für Lichina. Muss er wirklich aufpassen. Ja, mit zwölf Jahren kam Felix Pora Jr. zum Boxen. Sein Vater nahm ihn mit in den Galveston Boxclub. Er sagt selbst, es gab nichts zu tun in Galveston und auch heute gibt es auch nichts zu tun. Man kann sich maximal Ärger auf der Straße einholen und für ihn war es ein Glücksfall, dass er zum Boxen gekommen ist. Das ist ein Glücksfall. Ja, Felix Pora Jr. versucht den Kampf wieder. wieder an sich zu reißen, bestimmt ihn. Ja, gute Linke von Lichina. Muss bei dieser Taktik bleiben. Sehr schöne Aktion jetzt wieder. Ja, beide gehen hier in ordentliches Tempo und die Frage an Lichina mit im Camp und hat einiges Paringsrunden mit Henry Maske gedreht. Also, kennen sich sehr gut und Henry Maske kann auch sehr gut einschätzen, was Lichina drauf hat, wo seine Stärken liegen. Und das, was wir in der vierten Runde beobachtet haben, dass da ein bisschen die Puste raus ist, weil Lichina, das kann uns ein bisschen Sorgen bereiten. Aber die Frage ist, wie stark ist Felix Pora Jr. noch? Gute Aktion Lichina. Ja, hat sich gut bewegt, aber dann kam die Rechte nicht auf den Punkt. Sehr gute Aktion. Oh ja, ich wollte gerade sagen, man hat das Gefühl, dass er den Kampf wieder im Griff hat. Und da kommt diese Hand von Felix Pora Jr. aus dem Nichts. Das sind so Momente, wo man glaubt, dass er in Gedanken ganz woanders ist. Klar, es ist nicht leicht, gegen einen Rechtsausleger zu boxen. Das ist erstmal ungewohnt für den Mann in Normalauslage. Er hat mal gegen einen guten Engländer, gegen Robert Norton geboxt. Der war Rechtsausleger. War auch kein leichter Kampf. Gute, kurze Rechte von Lichina. Ja, und darf nicht stehen. Muss immer unterwegs sein. Letzten 30 in dieser achten Runde. Ja, gute Aktion. Auch noch ein paar starke Hände von Felix Pora Jr. Tja. Tja. Ena Lichina in diesem Title-Eliminator im Cruiser-Gewicht gegen Felix Pora Jr. Er liegt nach Punkten vorn. Aber er kann in diesen verbleibenden vier Runden auch noch alles verlieren. Karsten Röber und Torsten Schmitz haben versucht, ihn stark zu reden. Das ist jetzt eine Sache des Kopfes. Ja, gute Serie. Ging zwar auf die Deckung, aber das hinterlässt doch erstmal Eindruck. Und er darf da nicht stehen. Er muss raus. Zur Seite raus. Weg vom Seil. Ging! 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 져w ведь! Ging! Ging! Auch Feliks Kauri junior apmet schwer, ist er mit einem hohen Tempo in diese neunte Runde gegangen. Lechita muss versuchen, lang zu bleiben. Auch nach der Aktion von Cora Junior konsequent gegenzuschlagen, zu kontern. Da geht jetzt viel auf die Deckung momentan von beiden Boxern. Die Seize. gute aktion sehr gute aktion mit china setzt nach spürt jetzt auch eine kleine schwäche bei felix wenn er in diesem kampf noch eine chance haben er hat die erfahrung aus 27 profi kämpfen drei punkte die china vorn da würde ich mitgehen es ist ein ganz guter vorsprung für in die china aber er darf sich hier auch keine schwächephase mehr leisten muss konzentriert bleiben für die punktrichter kann entscheidend sein wer jetzt einfach der aktivere mann ist die china versucht jetzt wieder ein bisschen mehr druck aufzunehmen gute linke trifft jetzt wieder besser die 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 Lechina versucht den Kampf zu bestimmen, wenn man vergleicht. Vor einem Jahr im Kampf gegen Hernandez, da war er nach sechs Runden platt. Da zeigt er sich heute schon deutlich stärker, ob das für einen WM-Kampf dann reicht, ist eine ganz andere Frage. Aber es bleibt ja auch noch ein bisschen Zeit. Er hat jetzt auf jeden Fall in den Fäusten diesen Kampf zu gewinnen. Sehr schöne Aktion von Lechina. Nicht abgeben, die hat es sein. Auf die Arme runter. Links, 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 links. Jetzt noch einmal eine Aktion, rechts, gerade, linker Hand. Nutz geschickt seine Reichweite. Entscheidung in diesem Kampf die letzten beiden Runden. Wer hat jetzt noch mehr zum Zusetzen? Wer hat den größeren Willen? LeGina versucht jetzt gleich, Felix Cora Jr. in seinem Vorwärtsdrang zu stoppen. Drei Punktrichter aus England sitzen unten, Dave Paris Phil Edwards, Marcus McDonald. Wir wissen nicht genau, wie sie die Runden gewertet haben, ganz klar. Aber insgesamt für mich bislang Renate Cina, der etwas bessere Mann mit den klaren Treffern. Da hat sich das Tape ein bisschen gelöst. In dem Fall für beide Boxer eine willkommene Verschnaufpause. Die wird ganz schnell hier erledigt. Von Thorsten Schmitz und der andere ist auch noch locker. Ja, das geht natürlich an die Substanz. Beide Boxer bekommen jetzt natürlich viele Anweisungen aus der Ecke. Felix Cora Jr. bekommt nochmal hier die zweite Luft. Ja, sehr schöne Rechte von LeGina. Ist natürlich nicht mehr der Dampf drin wie in den ersten Runden. Versucht mit der rechten. Im Hintergrund Haken Döring, der Matchmaker. Gute Aktion. Aber insgesamt in Runde 11 Felix Cora Jr. mit mehr Schlägen. Auch wenn da ein paar gute von LeGina drin waren, aber die größere Aktivität war in Runde 11 bei Morsana. Aus Texas. Nach Punkten könnte es für ihn reichen. Das bestätigen auch die britischen Kollegen. Drei Punkte Vorsprung, aber das muss bei den Punktrichtern hier nicht so aussehen. Ja, kann er nochmal die Kräfte mobilisieren. Versucht gegen zu schlagen. Aber Felix Cora versucht hier nochmal Druck zu machen. Aber auch LeGina hat sich gequält für diesen Kampf. Er sagt, es war ein sehr hartes Training. Es hat auch Spaß gemacht mit diesem neuen Trainer. Und er will diese Chance nutzen. Mundschutz draußen. Die große Schlussoffensive von Felix Cora Jr. Die große Schlussoffensive von Felix Cora Jr. bleibt bislang aus. LeGina hat alles unter Kontrolle. Noch gut eine Minute in der letzten Runde. Klare Treffer jetzt mit links, rechts. Ja, das könnte reichen. Aber man sieht ihm an, dass dieser Kampf enorm Kraft gekostet hat. Er hat Mühe, die Fäuste oben zu halten. Aber er bringt die Schläge immer wieder. Und Felix Cora Jr. ist fix und fertig. Versucht es nochmal. Trifft LeGina am Seil. Der müsste sich nochmal rausdrehen. Nochmal befreien. Die letzten Sekunden. Und das war's. Ein intensiver... Die Punktrichter haben es genauso gesehen wie wir. Ein guter Punkt Sieg.